Es war für mich eine super Woche hier, dass ich das Hermann zweimal gewinnen konnte. Ich muss zwar sagen, es war hart, zwei Rennen hintereinander, aber ich bin sehr zufrieden, dass ich heute auch noch mal gewinnen konnte. Normalerweise erhole ich mich recht schnell an so kurzen Rennen, aber gestern war ich am ersten Rennen ziemlich aktiviert und dann konnte ich die ganze Nacht fast nichts schlafen. Und dann habe ich mich heute ziemlich müde gefühlt und ich hatte auch ein bisschen mehr Müde. Aber ich habe gleich ein bisschen, ich konnte bis zum Schluss kämpfen und konnte so auch den Sieg verteidigen. Und ja, von dem her ist mir wirklich gut gegangen. Es war ein super Rennen, ich musste Rennen laufen und bin sehr zufrieden hier zu gewinnen. Ja, es war sicher der Längeaufstieg auf Gurnegrad, da habe ich zwei Minuten rausgeholt. Nachher sicher auch der Aufstieg auf Schwarzsee, wo ich wirklich die Tanne auf Distanz behalten konnte. Und ja, am Schluss konnte ich einfach mein Tempel durchziehen und so hat es dann gelangt für das Gewinnen. Ja, das muss man schon sagen, für ein solches längst Rennen ist das Nächlezeitabstand ziemlich eng. Also ich habe schon gemerkt, dass wir hinten an der Radikamen immer dranbleiben mussten. Von dem her war es sicher nicht einfach heute, weil ich wirklich immer vorne war.